Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Komm siehst du das was mir in der Hand hat. Warte, Sam, mit dem Leer, es geht los nach meinem Traum. So. Seh ich nicht, ne, ist zu weit weg. Ich sehe aber, was du in der Hand hältst. Ja, schwer ist ja auch eindeutiger als Glas. Schwer ist auch besser animiert, sag ich mal, als Glas. Texturiert heißt das. Oh, toll. Dass man die Textur und besser erkennen kann. Animiert, selbst. Ja. Die Frau hat noch riesige Wort nicht gefunden, Lennart. Ja, geht gar nicht. Nein. Ich schlag dich nicht runter, echt nicht. Leute, du hast nur Glasscheiben, sag jetzt nicht, oder? Nee. Hast du auch Glasblöcke? Ja. Kannst du mir bitte geben? Blöcke. Scherben brauche ich nicht. Gib mal bitte Blöcke. Genieß die Aussicht. Sie sind wirklich nicht schlecht aus. Ah, ja, als Christian hier ist letztes Mal untergefallen ist. Oh, Leute. Wo bist du hin? Du kriegst niemals eine Glasblöcke. Sie sind doch nicht meine. Oh Gott, das Wasser. Ja, Tricke. Wie kann ich schwimmen? Trick, Trick. Trick. Der Wasserfrohung. Nein, das Wasser sieht schnell aus, als ich runter kann. Hallo. Kroll, lolololol. Alter. 27 Level, ne? Ja, du musst doch nicht zu mir kommen, du weißt doch, dass ich nur Scheiße mache. Ich möchte mal Glas haben. Mal, jetzt mach mal. Jetzt gib mir das bitte mal her. Ja, warum ist es hier entfüllt? Weil ich das wegwerfen wollte, weil mein Winter voll ist. Werf das doch richtig runter, du. Jetzt gib mir mal Glas. Nie im Leben. Ja, okay, ich werf's dir hin. Tschüss. Okay, ich komme. Da, jetzt lieg's da unten irgendwo. Fing dich. Alter. Oh, jetzt hab ich's aufgesammelt. Das waren sowieso Glasscheiben. Gib mal mal Glas. Du hast denn wirklich... Ja, das sind Glasscheiben. Gib mal mal Glas. Da ist auch Glas bei. Meine... Ja, ein Glasblock. Super. Nein, mehrere. Echt? Jetzt gib mir mal bitte Glas. Nein. Ich hab was runtergeworfen. Das ist eh nichts. Kannst du mir jetzt erst kurz mit meiner Wallstone-Schaltung helfen? Nee, erst wenn du mir Glas gibst. Ich hab kein Glas. Nur Glasscheiben. Ja, gut, dann hol mir Glas und dann hälfte ich die bei Wallstone. Nö, dann mach ich das lieber allein. Ich kann das doch allein. Ja, warum fragst mich dann? Ja, weil du ein Mongo bist und alles so... Ja. Ja, lad. Alles war Aufgaben für dich und... Du Afrikaner, du hast Spaß. Nein, wir sind hier nicht, ja, was ist für uns. Ich geh kurz in den Monstervolle Levelfam und dann mach ich was mit dem Glas. Ich hab nicht noch drei Level, brauch ich dann kann ich eine Angel verzaubern. Was willst du verzaubern? Angel. Ich wette, ich... Ich wette, ich hab richtig scheiße. Also ich könnte mir schon denken, wenn ich irgendeine Verzauberung draufkriege. Ja, eine Verzauberung auf jeden Fall. Was wettest du dagegen, wenn ich eine Verzauberung kriege? Ich nicht. Ich wette 50 Cent darauf, dass, wenn ich eine Spezakeverzauberung keine Verzauberung kriege für die Angel. Ja, okay, da wette ich zwei Euro drauf. Na gut, dann wette ich halt 100 Milliarden Euro darauf, dass, wenn ich meine Spezakeverzauberung keine einzige Verzauberung auf meiner Angel kommt. Und was ist, wenn deine Angel trotzdem auch noch verzaubert wurde? Ja, dann hab ich die 100 Milliarden Euro verloren. Ja, an mich. Nö, ja gut, wenn du willst. Ich krieg alles immer. Lol, wir hätten das hier kaputt gemacht? Was? Alter, wer hat in diese Gänge gegraben? Welche Gänge? Unter die Monsterfalle. Ich nicht. Ach, so was waren wir und ich habe da diese ein Loch gemacht, damit man den Müll reinwerfen kann. Das ist alles so dumm. Warum? Weiß ich nicht, fragt euch. Ich hab das aber gemacht, nicht die anderen. Ja, dann bist du halt dumm. Danke. Für eine Beleidigung. Das ist für dich, weil es keine Leid. Dumm ist für dich noch schlau. Aber wenn du es so siehtst... Sie schlauert. Okay, noch eine Folge. Ich hab keine Lust mehr, mich hier diskriminierend gelassen. Fühlt gemobbt. Auf jeden Fall. Da finde ich nicht, ne? Ich bauke ständig mein Haus ab, erlaubt mich nicht. Ja, er spricht nach, ich muss alle sinnlosen Aufgaben machen und bei einer Aufnahme typischer und ich fühle mich deswegen gemobbt, äh... Ich hab den Kopf. Fiff. Den hast du jetzt nicht kapiert, oder? Ah, Lena. Du mal mit der... Den hast du jetzt nicht kapiert, oder? Hast du... Klatscht? Nein. Klopfe gerade... was ich mag klatschen so richtig laut das übersteuert das war nicht danach nicht mehr verstehen kann nein nein meine Hände sind zu nass dafür oh warum sind die nass denn Art? ich weiß ah nein Spaß hier in den Keller und hat gerade geregnet da habe ich die Hände aus dem Fenster rausgehalten macht richtig Sinn das hat Spaß gemacht nee erzähl es doch mal Herr warum wir sind so nass ja wenn du denkst dass die gerade nass sind dann wären sie ja wohl nicht nass sondern klebrig nein ich wollte eigentlich wissen ob du gerade die Hände gewaschen hast da habe ich ich war mir immer die Hände weil ich sonst immer mit dreckigen Fingern an PC oh so schlimm ey oh du schlimmer dreckiger Junge du du Luda du Ludolf du Manni Ludolf da macht kein Scherz betrugt die Hände an den Fittler aber er wird er denn nur da Buh! Ah! Ah! Lena, die ist ein Fuli-Idiot! 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 Scheiß jetzt nicht mehr, Lena! Ich bin Lena! Haha, was? Haben Sie verstanden? Nein, das hat zu hoch! Du wach! Komm, Lena, sag! Das wollte ich gerade nicht sagen! Ich bin Lena und ich bin 23 Jahre alt! Ich bin auf Brunnen! Ich bin auf Brunnen! F.C. Bayern München ist! Wurst! Scheiße! Ja, ja! Jetzt hast du ein Abonnent verloren! Ja, Tim! Ah, trotzdem! Auch, ja! Hm, killerspielmacher und die operationen! Ach, wie Kill nimmt jetzt gerade Monster! Bestimmt wird Michael Koffer als bei RTL auch als Killerspiel bezeichnet! weil man nämlich Sachen killt wie mit dem Sieg RTL macht alles komisch stumm ist halt der Halt und auch ein Mon ich werde es kaputt ich glaube jetzt mit dem Knochen auf die Monster ein und 3 11 war in der Heiligen Knochen ich werde die Gnade hatte die Knochen genau und die neue Knochen richtig und an und die Länder die das hat die Musik die Playlist Schaub er müsse ich eigentlich anmachen ich habe das gerade gehört was das denn gerade gehört diese Musik da er kann man wissen, und Stickys weiß nicht wie es geht, ich sage wie es geht doch klar weil ich mir es geht in Holz, Cobblestone, Redstone, Eisen und Schleimball warum fragst du mich, dass ich das krafte oh du mein crafting bimbo bist nein, mich nicht wenn du mir kein Glas gibt es kraftig auch nichts ich will Glas da hab ich dir auch ein Mühler Glas geben je nachdem wie du meinst, wie es mir gibt es drei Leute geben willst ich will es dir nicht geben Julian ich will es dir einfach nur in die Hand ich will es mir in die Hand geben, ja ha oh hier ist ja Leben oh nimmst du das bitte mit hier sind Ziegel auch bist du gerade auf dem Dach nein ich bin gerade im Lager hier sind vier Stacks Lehmziegel was wirklich doch wo jetzt sind da nur zwei sag mal in der Truvo, wo Lehmbrauch und Fall mit Lehm ist was das stimmt, das ist ein Ziegel scheiße, das ist nicht wirklich 24 wie schon sich Ziegel ey kannst du mir, hier ich hab Glas für dich Glasblöcke ja dann gib mir bei der hier hier wenn du mir dafür Redstone machst nee, Crafts kurz Dickies ok, ich craft die Redstone nein, Dickies, hier ja wie viele denn ähm, so bitte normales Glas 6 6 ganz hast du auch ganz normales Glas ohne Färbung 6 ich hab dir Glas gegeben, jetzt gib mir 6 ne, das war rotes Glas, ich möchte mal Glas mit Glas, mach ich das aus welche Farbe, beziehungsweise aus welchem Material sollen die Bänke sein sollen die Bänke sein laden ja nein, hier hab ich den Knopf ja kaputt gemacht, als ich hier Wasser geplant hab schlau ja, das ist ein bisschen problematisch ok, wenn ich hier Glas gebe rot, ganz normales, ungefärbtes Glas oder da kommt ja was ein Untergang, wenn man da die Dingens aufmacht juhu juhu und wenn du mit irgendeinem Trick ankommst, dann gilt das nicht ey, hättest du vorher sagen können fick dich Julian, jetzt hab ich sieben Level wegen dir verbraucht was wolltest du denn machen Wolltest du, hast es jetzt wirklich unmittelbar in Glas oh oh okay, wenn du mit 64 Glas gibst, gibst, dann Quatsch dir dir hey, ich hab keinen Bock, äh, fick dich auf dich hehehehe wie geil wie das macht, 64 Glas, das ist ganz normal, was ich glaube das ist, der halt, pack halt, drei, glücktes Meeres zwei, jungen, bäms kann ich hier mal in der Küchen mit angeln was ich mach das hoooohhhh, trauuuuuuuuuuuuuun hallo Lennart Lennart Lennas Ich seh den Namen, war ok Fuck Hallo Alter Du bist behindert, ich hab jetzt noch... Drei... Alter, noch drei Herzen Wie viel Schaden macht das denn? Alter Drei Herzen hast du jetzt noch? Zweieinhalb Alter, eins Knappi Sachi Dein Thron Ey, Baulass Abdullappen Möge mich damit nicht zu Ich beiß an die Angel, ja Ok Ich werf deine Kartoffel hin, dann angelst du die Äh Ich brauch hier selbst Warum kann ich nicht zoomen? Gibt's mir den Mund Alter, mit den Schultern sieht das so aus, als wärst du grad... Ach, egal Willst du ne Wurst angeln? Nein Ne lange Weichwurst Weichwurst oder Weißwurst Weißwurst Made in Germany Made in Germany Ich habe einen Lachs bekommen Ach, ich hab ein Geschenk für dich Ich hab einen Lachs bekommen Oh Mensch, Julian Ich weiß aber nicht, wo der hin ist Ich hab was für dich Und zwar? Das Fenster sieht aus wie so eine Flagge von irgendeinem Land Die Flagge von irgendeinem Land Ja, wir sind das... Irgendeinem Land Alter, wo ist mein Lachs hin? Ach, da hinten Oh, Lachs! Ich hab hier einen Eimer, Leonard Alter, was war das? Eisenschwert? Ich hab nur zwei Eisenschwerter Nimm's! Ich hab aber schon zwei Nein Mir geht die kaputt, wenn ich so mache Nein, sie geht nicht kaputt Tu mal was kurz auf dem Inventar Warum? Bitte Warte JA! Okay Nein Ah, nimm das mal und bläst den Namen Sofort Ich hab's nicht gelesen Ich hab's nicht gelesen Ich hab's nicht gelesen Weil, weil du Glass geschrieben hast Ich weiß, ich hab Englisch Mein Kopf ist Englisch Ich hab Englisch Hehehe Beidee Wie viel Level hat's durch Teil jetzt zurück? Ich hatte null, weil ich grad was zaubert hatte Entschuldigung Lass mal zurück da Entschuldigung, ich hab's schon die Level aufgesangelt die Leve sind ja nicht schlimm und ich hab Eisenmutsstiefel aufgefunden Panzers Gedicht lustig äh, geht ja, das kannte ich ja schon das hat mich schon dreimal vorgelesen und wir es eigentlich vortragen wollten ja echt? ja oh scheiße, so ein Wichser hä, ihr hätt euch doch die Seite gesagt ja, wir haben das von der Seite boah, toll er hat euch die Seite gesagt ey, wo ist mein Zeug? ach, da hinten liegt es, ok blub, 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 blub wie muss man das nochmal anordnen? vier Pflastersteine äh, die vier Pflastersteine müssen, äh ja, ich weiß nicht ok also bisher hat das Lack auf das Ziel ja nicht so viel gebraucht auch wenn ich das gerade jetzt ausprobiert hab, aber egal direkt beim Motzen bei vier Mangeln oder so geht das es fehlen zwei Inventarslots leid, du musst irgendwas von zwei Inventarslots aufgestanden haben ne doch, hast du, wirklich musst du haben die Alterschiefe hast du jetzt auf den Eingang reingetan? ne, es fehlt doch einen Inventarslot was denn? weiß ich was, aber es fehlt etwas ich hab aber echt nichts dann mal kurz überlegen irgendwas fehlt wirklich, muss fehlen mein Wetter war nämlich voll ach, da liegt es ja hier ist nur das Eisenschwerter das hat ja sieben Level gekostet, Alter das ist ja einfach rumliegen ich wollte das umbenennen in Glas mit einem S das hätte aber zwölf gekostet und dadurch nicht mehr genug was? das eine S hat so viel gekostet? das eine S weg machen wollen das so, du hörst das und würdest das dann wieder weg machen he 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 du hast du gefällt beim Umbenennen? ja he 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 halbbar keine Schunger die Anweser nicht mal ansatzweise geschätzt Jovich die Stich die Stich etwas für Bank Bank Punkt Banken denken soll ich eher die Kiege machen keine Ahnung ich wollte mal die Ölschnauze ob da das noch diese Knopf Knöpfe dran da auch die Euro die Knöpfe die Knöpfe ja die und Schalter auch weg auch hier auch hier das ist jetzt rein brauchen die Bänke die Kirche das für Bänke braucht die Kirche in noch acht Minuten oder wollen wir noch ein paar aufnehmen ich war ein stein weg stein 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 holz da ich bin ich bin ein Lass mich mal überlegen... Bänke, Bänke, Bänke... Übrigens hatte ich hier diesen roten Teppich gemacht, damit wusste ich ja noch gar nicht, dass es bald Dinge es gibt. Meistens ist hier ganz hinten so ein bisschen Abstand. Vielleicht geht es bald auch noch hinten hoch. Deswegen lass ich das erstmal noch so. Das Problem ist natürlich jetzt auch, dass die hier fliegen. Ist dann natürlich nicht so optimal. Das wäre dann eher hier 2 Abstand. So, 2 Abstand. Dann müsste dann noch... Ja, mach ich erstmal. So viel Platz war da nicht. So. So. So in etwa... Waren eher dunkle... Ja, eher dunkles Holzholz. Hast du noch Fichtenholz vielleicht? Nö. Oh, bis wo etwa vor dem Altar? Wie das so? Oh, noch eine Eier. Ja, etwa. So. So. Jetzt keine Riesenkirche, aber schon ein bisschen was. Okay, 1 Abstand. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Das kann ich ja gut. Also verzehlt nicht. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 4, 5. ich wieder erzählt so viel neunstufe eigentlich nervt das fassern bis so klein ist das ist ja immer noch eine unendliche wasserquerwein mein freund ich komme mal zwischen den bänken hier das ganze wasser zu das wird auch musik 1 k das wort sich das jetzt er geht so hat 4 Minuten haben wir noch. Ich den großen Willen will ich mal bei McDonalds arbeiten. Ich hätte irgendein Kind auf dieser Welt hat diesen Wunsch. Ja klar. Schau sogar ziemlich viel. Kurz weg. Da sagt man Rabatt auf McDonalds. Schau. Schau. So. 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 Das klingt aus ob der Land weg müsste. So. 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 ja schlau g im jenigen hier in den jenigen k wie lange geht die aufnahme noch nicht mehr lange noch sind eine Minute besser werden ja ich muss doch ganz gut erde ich muss nur kurz bei dem die Bänke in der Kirche ein bisschen schöner machen ich war sowieso nicht fähig immer um allgemein kannst du auch ganz kurz um eine Minute oder zwei vielleicht so du 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 so 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 k k k k k k k k k ja der Teil hat schon mal geblieben k 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 s k k k k k